Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns das aktuellste Set von Pokémon an und zwar Raging Surf. Wir gucken uns die Karten an, wir schauen uns die Displaypreise an, auch im Vergleich zur Pre-Order. Ich habe euch vor drei Monaten ein Video an die Hand gegeben, wo ich gesagt habe, bestellt nichts mehr vor, wenn es um Pokémon geht, weil man in der Regel in 8 oder in 9 von 10 Fällen im Nachgang schlechter gestellt ist. Also die Produkte ab Release günstiger werden, auch das werden wir uns mal bei Raging Surf anschauen und wie gesagt die Frage beantworten, ob sich das Set für ein Investment lohnt. Und ich werde euch mal an die Hand geben, wie ich bei diesem Set vorgehen werde. Von daher lasst uns doch direkt starten mit dem aktuellsten Set auf Japanisch und zwar Raging Surf. Auf Pokélector.com sehen wir, welche Sets in diesem Jahr auf Japanisch in der Karmazin und Popo-Ära auf den Markt gekommen sind. Wir haben nach Violet EX und Scarlet EX Triple Beat bekommen, im Anschluss Clay Burst und Snow Hazard. Dann das wunderschöne Set Pokémon 151 mit den so sensationellen Masterball-Karten, Ruler of the Black Flame, auch dazu wird es nochmal ein explizites Video geben, sowie Raging Surf. Und Raging Surf wollen wir uns heute mal im Detail anschauen, am 22. September auf den Markt gekommen. 62 Karten plus 30 Secret Karten. Von daher ein überschaubares Set, was die Größe angeht, was wir ja auch von japanischen Sets gewohnt sind. Was man hier wieder sehen kann, ist, dass richtig schöne Art-Rare-Karten mit dabei sind. Definitiv jetzt nicht von den populärsten Pokémon. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar coole Pokémon dabei. Ja, wie jetzt hier Mantique oder jetzt auch Groudon, welches ein richtig cooles Art-Druck bekommen hat, wie ich finde. Mir gefällt Gimmigool, weil, glaube ich, ein paar Münzen auf dieser Karte zu erkennen sind. Und insbesondere auch Goldengo EX, ja, auch das vielleicht ein Stückchen weiter in der Karte als Anlegung hier zu diesem Channel, Investment Channel von mir für euch. Also, wir haben gute Karten mit dabei, aber jetzt keine, wo man sagt, boah, das sind jetzt die absoluten Kracherkarten aus meiner Perspektive heraus. Was auffällig ist, ist, dass wir, wie gesagt, wieder die ein oder andere weibliche Trainerin hier mit dabei haben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Carmesin und Popo-Ära. Das sind in der Regel auch immer die teuersten Karten aus dem Set, abgesehen jetzt von Ruler of the Black Flame, wo wir halt Charizard mit drin haben, der das Set auch als Top-Karte weiter treibt. Aber hier sind es halt wieder die weiblichen Trainerkarten. Also, wie gesagt, passable Karten, die mich jetzt nicht vom Hocker hauen, aber durch die weiblichen Trainerkarten trotzdem viel Fantasie mit sich bringen, wenn es zukünftig um eine Wertsteigerung geht. Pokémon setzt also weiter auf weibliche Trainerkarten in der Carmesin und Popo-Ära. Mein Tipp an euch, schaut euch mal ruhig auf Card Market alle Sets im Detail an und guckt mal, welche weiblichen Trainercharaktere noch nicht allzu teuer sind. Ich sage es euch, es gibt die ein oder andere coole Einzelkarte, über die man sich Gedanken machen kann, a, sich die entweder in die eigene Sammlung zu holen oder b, für ein Investment beiseite zu legen. Von daher, schaut auf Card Market, die ein oder andere günstige Karte werdet ihr hier noch finden. Dann lasst uns doch mal direkt einen Blick auf Card Market werfen und die dazugehörigen Preise bei Raging Surf. Dieses Display ist vor Release für über 130, 140 Euro verkauft worden. Hier nochmal meine Empfehlung an euch, kauft keine Pokémon Artikel mehr in der Preorder ein. Weder auf Deutsch, noch auf Englisch, noch auf Japanisch. In der Regel lohnt sich das. Bei 8, 9 von 10 Fällen werdet ihr mit dieser Vorgehensweise profitieren. Klar gibt es Ausnahmefälle wie jetzt Pokémon 151, sowohl auf Englisch, auf Deutsch, aber auch auf Japanisch. Da hätte es sich definitiv gelohnt, das eine oder andere vorzubestellen. In der Regel profitiert ihr aber von dieser Vorgehensweise. Denn all diejenigen, die hier 120, 130, 140 Euro bezahlt haben, hätten sich ein paar Euro sparen können, wenn sie, wie gesagt, ein paar Tage nach Release gewartet hätten. Mein Freund Pokemisi ist hier der günstigste auf Card Market. Liebe Grüße gehen raus. Er verkauft das Display für 69,99 Euro. Ein Spitzenpreis unter 70 Euro. Ich habe vor einigen Wochen ja bereits gesagt, dass so die neue Grenze für mich 80 Euro bei japanischen Displays sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein japanisches Display für unter 80 Euro einzukaufen und bereit seid, es longterm wegzulegen, dann glaube ich, sind das in der aktuellen Zeit vernünftige Preise. Hier sind wir jetzt sogar unter 70 Euro und ich kann mich an kaum welche Displays erinnern, außer vielleicht Scarlett EX und auch Snow Hazard, die so einen Preis hatten nach Release. Von daher glaube ich schon, dass das ein sehr guter Preis ist, erst recht, wenn man sich dieses Display langfristig weglegen möchte. Ich würde jetzt hier keine 10, 20 oder 30 Displays kaufen, aber wenn man sich vielleicht schon mal ein Display sichert oder zwei Displays sichert zu einem Preis von unter 70 Euro, dann kann man hier definitiv nichts falsch machen, wenn es, wie gesagt, um ein longterm Investment geht. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass, wie gesagt, Pokémon-Produkte nach Release im Preis droppen. Von daher, ich bestelle gar nichts mehr vor und sichere mir dann die Artikel im Nachgang des Releases zu einem deutlich besseren Preis. Wahnsinn, wie schnell sich der japanische Markt jetzt auch selbst reguliert und wieder in normale Bahnen kommt. Ich finde, Displays unter 70 Euro sind auf jeden Fall ein Segen. Man kann sich das ein oder andere Display beiseite legen zu einem vernünftigen Preis. Das hilft Sammlern, das hilft Investoren, weil auch wir ja langfristig Produkte weglegen wollen zu dem maximal günstigsten Preis in der Regel. Von daher, gute Sache, dass die Preise wieder ein Stückchen weit runterkommen. Mit Sicherheit werden auch nochmal von der Set-Qualität stärkere Sets kommen. Die werden dann auch wieder mehr kosten, siehe Clayburst, siehe Violet ES, siehe Pokémon 151. Aber damit können wir doch jetzt erstmal happy sein, weil wir jetzt gute Preise haben, um einzusteigen. Ich sage jetzt nicht, wie gesagt, dass ihr euch dieses Set direkt kaufen müsst, weil Investoren versuchen ja auch eigentlich so spät wie möglich einzukaufen. Aber wie gerade eben erwähnt, wenn man sich ein oder zwei Displays kauft, dann kann man da, glaube ich, relativ wenig zu diesem Preis falsch machen. Denn auch bei diesem Set haben wir wieder teure Karten mit dabei. Die Parasol Lady zum Beispiel, die wir unter einem Preis von 210 Euro hier auf Card Market nicht bekommen. Wir haben noch keine Verkäufe, kauft diese Karte auch nicht zu diesem Preis, so meine Empfehlung. Denn da sind auf jeden Fall nochmal ein paar Euro nach unten möglich, so zumindest nach meinem Gefühl. Wir haben Rika im alternativen Artwork auch hier bei einem Preis von knapp unter 100 Euro. Von da haben wir ein, zwei Chase Karten mit dabei, die was kosten. Darüber hinaus auch noch mehrere weitere Karten, die so zwischen, ja sage ich mal, 20 und 80 Euro wert sind. Meiner Meinung nach keine Knallerkarten in dem Set, aber wie gesagt, eine bunte Streuung aus ganz coolen Artrares, ja aus diversen Goldkarten und halt aus weiblichen Trainercharakteren, die, ja den Preis zukünftig definitiv in diesem Set weiter treiben werden, wenn Pokémon in der Karmesin und Popo-Era auch hier weiterhin auf weibliche Trainercharaktere setzt. Das war es auch schon mit dem heutigen kurzen Video zu Raging Surf. Kurz zusammengefasst, zu einem Einkaufspreis von 69,99 kann man hier glaube ich gar nichts falsch machen. Kauft jetzt keine Unmengen von diesem Set, weil es einfach gerade erst auf den Markt gekommen ist. Ich werde noch ein paar Tage, Wochen abwarten, bis ich ja größere Mengen aufbaue. Ich werde mir aller Voraussicht nach auch ein oder zwei Displays bereits jetzt zu diesem Preis beiseite legen, um einfach schon etwas da zu haben, so ein Stückchen für den eigenen Bestand, für die eigene Sammlung, um dann irgendwann mal im Business halt noch ein paar Displays weiter on top drauf zu legen. Die Einzelkarten sind okay, das Gute ist, wir haben teure weibliche Trainercharaktere mit dabei, von daher haben wir viel Fantasie auch für die Zukunft, was die Preisentwicklung des Sets angeht. Ja und wir haben wieder einige sehr schöne Artwares mit dabei. Ich möchte mich nochmal wiederholen, meine Empfehlung ist, bestellt keine Pokémon-Artikel vor, außer ihr wollt sie am ersten Tag haben, ihr wollt die Dinge öffnen. Dann kommt ihr nicht daran vorbei, aber in der Regel werden Produkte mit der Zeit günstiger, insbesondere in den ersten Tagen und Wochen, wenn alles sich so ein bisschen entspannt. So könnt ihr auf jeden Fall Euro sparen und denkt dran, wenn ihr Investor seid, Investoren schauen immer darauf, auch einen möglichst günstigen Einkaufspreis zu bekommen, denn die Rendite liegt auch im Einkauf. Das haben wir glaube ich schon in vielen Videos gesehen und anhand von ganz vielen Beispielen festgemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Channel, wir sind auf der Road to 2K, es fehlen nicht mehr viele Abonnenten, danke schon mal dafür und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr Raging Surf findet. Kauft ihr es euch bereits jetzt oder kauft ihr euch Einzelkarten, wartet ihr noch, lasst uns dazu in den Austausch gehen. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis bald, ciao, ciao.